Wenn ihr nachher habt ihr den Ebenen, habt ihr die Beste gut? Warum nicht? Ja, hoi! Ich denke, wir haben zwei Beifahrer. Alle merken sich freiwillig. Das heißt aber Absatzbrotten. Hey, hey! Von den zwei Sprengen wissen wir gar nicht, wo man noch gut ist. Das wird schon alles ein bisschen umgestellt. Aber bei Zeiten, die hast du nicht. Lachs! 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 Lachs!